Guten Morgen und herzlich willkommen zum Börsenbuffet hier auf CMC Markets. Ich freue mich, dass ihr alle wieder einschaltet. Ich möchte den Tag heute zusammen mit euch beginnen. Hoffentlich wird das Ganze ein bisschen mehr einschätzbar und sichtbar, was passiert. Und im Gegensatz zu dem, was hier im Hintergrund passiert, wir haben immer noch dichten Nebel hier in Frankfurt. Deswegen gibt es ja im Hintergrund heute auch keine Skyline, aber die brauchen wir ja auch nicht. Wir interessieren uns ja alle für den lieben DAX und den Markt. Und den möchte ich euch jetzt auch zeigen. Wir sind nämlich hier bei der 12294 noch nicht angekommen. Da hätten wir die Chance, wenn wir dorthin gehen, da eine größere Entscheidung zu treffen. Denn die 12294 ist der neuralgische Punkt aus dem Top, das hier entstanden ist. Auch im SPX 500 haben wir ein Top kurzfristig im Stundenchart, das man beachten kann, an dem man also quasi einen Kontext hat, um das ganze Kursgeschehen hier einzuschätzen und einschätzen zu können im SPX 500. Achtet auch auf das WTI. Beim WTI sind wir über 57,41 Dollar ausgebrochen per Tagesschluss. Bedeutet, ich kann jetzt hier im WTI Fibonacci Preiserweiterungen setzen. Ich komme auch gleich zum DAX für alle, die darauf warten, dass ich da die Opening Range und so weiter einzeichne. Aber wer hier täglich einschaltet, der kennt auch die Methode und kann das natürlich auch selbst schon getan haben. 57,41 sind da drüber. 61,71 ein mögliches Ziel hier für WTI. WTI wird spannend werden. Jetzt, wo die OPEC-Tagen wird am Mittwoch und Donnerstag, da könnten also die eine oder andere Headline kommen. Es kann auch nur mal ein Rücksetzer kommen auf die 57,41. Alles unter 57,41 würde quasi diese Bodenbildung hier aus Sicht von diesem 1, 2, 3 zunächst revidieren. Kommen wir zum kurzfristigen Bild von dem DAX und dem S&P. Das sehen wir hier, der DAX hat die 2,16 getestet. Die 2,16 ist die 61,8 Fibonacci Preiserweiterung aus dem Boden, der entstanden ist. Und jetzt auch Intraday hier ganz gut zu sehen, dass das ein Widerstand ist. Vorbörslich hat sich so mega viel nicht getan. Hoch und tief der Vorbörse 202 bis 215. Also ungefähr satte 13 Punkte Schwankung. Damit muss man heute ein bisschen aufpassen. Denn Ausbrüche darüber sind relativ leicht zu machen und können auch insgesamt der Volatilität geschuldet sein. Extrem ausgedrückt, wenn ich nur zwei Punkte Schwankung habe und dann geht das Volumen in den Markt, also nur zwei Punkte Schwankung in der Vorbörse und dann kommt Volumen in den Markt, dann habe ich natürlich sofort eine Opening Range, die verlassen wird. Also die Eröffnungshandelsspanne kann dann leicht verlassen werden. Ein ähnliches Phänomen haben wir auch heute. Aber es kann natürlich genauso gut auch sein, dass der Markt einfach da drin bleibt. Und neutral bleibt, was er für den Moment auch ist. Im 5-Minuten-Chart, um den Verlauf noch mal zu rekapitulieren von gestern, hatten wir im SBX 500 eine 1,2,3. Wir hatten gestern dann die EMA 200 auf 5-Minuten-Basis getestet. Und wir hatten dann einen bullischen Druckaufbau, höheres Hoch, Trendaufbau. Und dann kam eben im Stundenschart dieses 1,2,3 in den Markt, wo wir den Punkt 2 an der Stelle noch mal testeten. Und jetzt haben wir es reaktiviert. Heute nach zwischen 3 und 4 Uhr wurde dieses Top reaktiviert. Bedeutet, ich kann jetzt hier unten diese Fibo-Ziele rausnehmen, kann auch diese Marken rausnehmen. Die sind jetzt nicht mehr relevant aus Sicht von diesem 1,2,3 und kann aus dem Stundenchart heraus hier ein erneutes 1,2,3 einzeichnen, was ich ja eben auch schon im anderen Chart gemacht habe. Und habe hier also eine 1 und an der Stelle die 2 und an der Stelle die 3. Wir sind jetzt hier in der 61,8. Abgeprallt. Das wurde gekauft, haben aber auch einen Schlusskurs darunter auf 5-Minuten-Basis. Bedeutet potenziell, 9,78 als Widerstand zu verstehen. 2,968 könnte ein Korrekturziehen sein. Das kommen könnte im SPX. Weil immer wenn der Markt unter einem Fibo-Level schließt, ist das ein mögliches Signal, dass er noch mal zum nächstieferen gehen möchte. Und DAX versucht sich an eine Auflösung der Handelsspanne der Vorbörse nach unten. Soll es grundsätzlich Probleme geben, die Stream-Qualität, weil das Hans Meiser geschrieben hat im Stream, im YouTube-Chat, soll es Probleme geben, den zu erkennen, dann habt ihr zwei Möglichkeiten im Stream. Ihr könnt hier zum einen die Auflösung nach oben stellen, also hier an dem Rädchen auf Qualität und dann 1080p. Und zum anderen könnt ihr hier auch einen Doppelklick machen auf den Chart. Und so seht ihr quasi alles dann genauso, wie ich es hier auf dem Bildschirm auch sehe. Natürlich habe ich hier auch ein bisschen ein Layout. Ich könnte auch einfach Fullscreen unsere Plattform zeigen. Aber wir brauchen Platz für die Risikowarnung. Die kann ich nicht rausnehmen. Zum anderen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Und natürlich lade ich jeden auch ein, CFDs zu testen und zu probieren. Die URL dafür ist hier oben auch eingeblendet. cmc.mk slash Demo-Konto. Da habt ihr ein Demo-Konto und die Möglichkeit, eins zu eröffnen und mit 10.000 Euro virtuellem Startkapital CFDs auszuprobieren. Und dann seid ihr in der gleichen Handelsplattform, wie ich es hier auch bin die ganze Zeit. Und dann könnt ihr euch auch Live-Daten holen zum DAX, zum Euro-Dollar auch. Der, eine Frage jetzt dann auch kommt von dem Alexander. Der hat nämlich gefragt, die Einschätzung zu Euro-Dollar. So, jetzt ist auch zu sehen. Euro-Dollar auf Stundenbasis. Wie sieht es da aus? Achtet jetzt im DAX, bevor ich jetzt zu Euro-Dollar gleich Fullscreen gehe, der hat jetzt einen Minutenschlusskurs unterhalb von der 202 ausgebildet, unter der 199. Ein Schlusskurs darunter würde jetzt ein bestätigtes Signal für eine mögliche Trendbewegung abwärts setzen. Also Signallinie jetzt für eine weitere Abwärtsbewegung, für eine mögliche Abwärtsbewegung ist die 199,81 in Germany 30 Cash. Stundenchart vom Euro-Dollar sehe ich im Kontext von diesem 1,2,3, das hier unten entstanden ist. Hier wurde Euro-Dollar abgelehnt oder abgewährt an der 1,10,65 in Stunden Schlusskost da drüber. Könnte es zum nächsten höheren FIBO-Level bringen. 2,61,8,1,11,18 wäre dann ein mögliches Ziel. Scheitert er da dran, was er schon zweimal tat, setzt sich diese Schwankungsgeschichte fort. Es kann aber auch sein, dass dieses erste Scheitern hier dem Zweck diente, noch einmal die 1,10,26 zu testen, was eine wichtige ehemalige Unterstützung ist vom 1. August. Der Test ist nun erfolgreich verlaufen. Und jetzt ist der erste Anlauf höher zu gehen, hat nicht geklappt. Jetzt kommt der zweite, mal gucken, ob es klappt. Alexander, die Frage, verstehe ich nicht, könnte das eine neue 1 nach dem ABC und jetzt beginnende 3. So, was meinst du dann? Ich glaube, du siehst es tatsächlich mit Wellen-ABC und ja, wie Mario Bichler jetzt auch schreibt. Also, das, was ich mache mit diesen ABC, ist ein reiner Pattern. Ich gucke mir also nicht, ich zähle hier keine Wellen, sondern es ist einfach nur ein Pattern. Und dieses Pattern entsteht immer am Tief. Ja, weil ich davon ausgehe, wenn ein Trend entsteht, dann ist am Anfang von so einem Trend immer ein Impuls. Dann der Anfang vom Trend, gut, das ist natürlich dann eine Interpretationssache, das ist subjektiv, wo ist der Anfang von dem Trend? Natürlich kann ich den Anfang vom Trend auch wieder hier sehen, ja. Aber übergeordnet das ganze Ding, das Tief von der korrektiven Bewegung, dann ging es runter, 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 runter. Hier unten war ein klares Tief und dann kam Impuls rein, nach oben. Ja, Impuls ging so. Hier kam dann der Impuls rein. Dann eine korrektive Phase und dann ein Ausbruch nach oben, höheres hoch. Statt einem tieferen Tief, weil wir waren doch im Abwärtstrend. Und das ist für mich einfach ein Pattern. Eins, zwei, drei, Trend-Wendemuster. Wie ich das verstehe, Theorie dazu, da habe ich auch ein Video gemacht, ein Erklärvideo. Den Link stelle ich euch jetzt rein in den Chat. Dann könnt ihr euch das anschauen. Dax versucht sich immer noch an der Signallinie, die zu brechen oder zu halten. Dann kann ich jetzt noch an der Signallinie, ein paar Mal machen. Ja, der ist jetzt schon sehr, 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 sehr. Deutsche Bank hat minus drei Prozent, haben wir gestern noch plus irgendwas zweieinhalb oder drei Prozent gesehen, nein, das war falsch, das ist irgendwie meine andere Kursliste, das zeigt mir irgendeinen Mist an, also Deutsche Bank steigt weiter. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, das sieht hier ziemlich nach Short Squeeze aus, eigentlich wäre das hier ein Abwärtsimpuls und wir hatten ein tieferes Tief, hat hier unten aber, es verfehlt ein tieferes Tief zu machen, da unten ist eine Bärenfalle entstanden und seither sehen wir einen Short Squeeze. Dieser Short Squeeze, der kann auch noch weiter laufen und auch über das Hochgehen, weil ein Short Squeeze an sich ist unkontrolliert, es gibt keine Korrekturen, es gibt keine Serious Höherem Hoch, Höherem Tief, also keine Trendentwicklung, sondern es knallt einfach nach oben, weil hier der Zwang entsteht, Verluste vermeiden zu müssen. Der Leerverkäufer, die sich einem stark steigenden Markt gegenüber sehen. Bei der Deutschen Bank jetzt 7,46 Euro ist die 200-Tage-Linie, 7,48 Euro, 7,49 Euro ist das Hoch vom 8. Juli. Ihr könnt deutsche Aktien-CFDs mit einer fixen Kommission von 5 Euro handeln bei 7C Markets, Long & Short, auch die Deutsche Bank. Das ist ein neues Angebot, das wir haben. Alle deutschen Aktien-CFDs haben bei uns eine fixe Kommission von 5 Euro. Also egal, ob ihr, könnt ihr den Handels-Positionsgrenzen auch sehen, pro Order könnt ihr 19.000 Deutsche Bank-CFDs traden. Insgesamt dann in der Position 220.000 Deutsche Bank-CFDs handeln. Und pro Order, hier begrenzt, 19.000 Deutsche Bank, kostet das 5 Euro. Fixe Kommission bei uns für deutsche Aktien-CFDs. Für US-amerikanische Aktien-CFDs liegt die fixe Kommission bei 10 Dollar. Karol fragt, kannst du dir auch mal die Commerzbank anschauen? Kann ich gerne machen. Dax hält immer noch die Signallinie. Commerzbank hat einen Boden ausgebildet. Da schau. Tageschart. 1, 2, 3 tief. Und geht es über die 100% Extensionsmarke 5,76, mögliche Zielsohle 6,11, aus diesem 1, 2, 3 heraus. Tja, ja, das ist die große Frage, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Was passiert eigentlich? Alle sind für Rezession, wirtschaftliche Abschwächung, Inflationserwartungen gehen nach unten, Handelskonflikt, die Zentralbanken sind die einzigen, die uns noch retten können. Alle sind genau so investiert. Was passiert jetzt, wenn die Wirtschaftsdaten, Wachstumsdaten besser werden? Dann sind plötzlich alle falsch. Und wenn das passiert, dass alle falsch sind und alle durch die eine Tür raus wollen, dann wäre das Resultat möglicherweise brachial steigende Aktienmärkte und brachial fallende Staatsanleihen. Deswegen auch die Frage hier von Huckleberry passend. Hey, was passiert eigentlich beim Bund Future? Da ist mir gestern aufgefallen, also zum einen, wenn dieses Szenario unerwartete konjunkturelle Verbesserungen, die niemand erwartet, eintritt, dann ist das Erste, was läuft, das sind die Finanztitel. Banken, Deutsche Bank, Commerzbank. Laufen. Und der Eurobund. Nun, im Tagesschart nichts groß magisches, was hier passiert. Wir haben hier oben einen Fehlausbruch, eine Bullenfalle, seit einem Rücklauf im Tagesschart. Da ist nicht so viel zu sehen. Aber ich muss jetzt selber gucken, wo das sichtbar wird. Vier-Stunden-Chart schon recht gut. Vier-Stunden-Chart auch. Ich bleibe mal im Vier-Stunden-Chart, wenn wir da ein bisschen übergeordnetes Bild haben. Vier-Stunden-Chart ein Impuls, eine Gegenbewegung, ein tieferes Tief. Also wir haben ein aktives Top im Bund-Future. Nach einer Fehl- und Impulsstart war die Bullenfalle. Insofern arbeitet der Bund-Future jetzt, so will man es annehmen, Abwärtsziele ab aus dem 1, 2, 3. Schließt unter dem 61, 8er, könnt in Richtung 100er gehen, liegt jetzt an der EMA 200. Seht ihr die Marken, wenn ihr das entsprechend einzeichnet, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Also Euro-Bund-Future, aktives Top, aktive Bullenfalle, kein höheres Hoch. And so on. BASF durchaus auch. Die zyklischen Werte ziehen auch an. BASF, mir ist gestern auch aufgefallen, deutlich den ganzen Tag über gekauft worden. Moment, jetzt muss man gucken. Euro-Bund ist abgehandelt. BASF. Keinerlei Gewinnsteigerungen über die Jahre. Aber die haben das 1, 2, 3 aktiv gehalten. Wir haben ein 1, 2, 3, das entstanden ist im Jahr 2012. Einmal getestet und nochmal getestet. Und ausgehend von dem kann ich jetzt auch wieder ein FIBO-Ziel 63-67 bestimmen. Und ziehen anscheinend in diese Richtung bei der BASF, die sehr zyklischer Wert ist. In den USA 3M. Sieht nicht so richtig an. Aber auch 3M hat mit dem tieferen Tief hier nun ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. Und so auf der A jetzt eine Bodenbildung bei dem Verbund Klebehersteller 3M. Karol M. schreibt, ob die Rezession kommt. Nun, ja, alle harten Daten zeigen, dass es Wirtschaftswachstum prozentual abnimmt. Aber das, wie will ich sagen, das, was schwierig ist an der Situation mit dieser Umkehrung der Zinskurve. Wenn man also die zweijährigen Renditen und die zehnjährigen Renditen sich anschaut, dann sind ja die zweijährigen Renditen ein paar Tage innerhalb von dem letzten einen Monat an die kurzfristigen zweijährigen Zinsen ein bisschen höher als die zehnjährigen. Das war, über die letzten 50 Jahre betrachtet, wenn das passierte, jedes Mal ein Signal, dass im Schnitt 320 Tage, ich weiß nicht genau, so um den Tag, statistisch 320 Tage, nachdem das das erste Mal passierte, eine Rezession in der US-Wirtschaft begann. Jetzt ist aber die Situation, dass es dazwischen, bevor das passiert, noch einmal eine Rallye gibt am Aktienmarkt. Weil halt im Vorfeld von der Umkehrung der Zinskurve alle das Thema Rezession gespielt haben und genau in der Situation befinden wir uns auch. Die Daten werden aber erstmal nicht unmittelbar schlechter, sondern passen dann eigentlich nicht zu der trüben Stimmung. Deswegen steigen die Aktien kaum, jemand ist investiert und dann kann es auch eine dynamische Rallye nach oben geben. Und dann gibt es auch all jene, die sagen, okay, die Zinskurve hat sich deswegen invertiert, nicht, weil die kurzfristigen Zinsen gestiegen sind, sondern weil die am langen Ende die Zinsen nach unten gegangen sind. Und deswegen sagen die zumindest, dass das dieses Mal von der Zinskurve kein Rezessionssignal ausgeht. Der VW-Chef sagte gestern auf der IAA hier in Frankfurt, hat den ID.3 auch vorgestellt, das neue Elektroauto, will ja großen Aufschlag dann in Richtung Elektromobilität machen. Auch er sieht hier, keine Rezessionen auf Deutschland zukommen, eine Abschwächung ja, aber keine Rezessionen. Das, was hier an Technologie in Deutschland und die Dynamik, die wir haben, auch in Richtung Innovation da ist, das ist zu lebendig, als dass da wirklich eine Rezession auf Deutschland zukäme. So war es zumindest seine Meinung. Das, was ich dazu auch noch aufgeschnappt habe. VW, glaube ich, auch mal interessant jetzt, wo sie den ID.3 vorgestellt haben. Da gibt es auf YouTube ganz, ganz viele Videos. Die haben dort auch tatsächlich eine ganze Vielzahl von Innovationen in der Art und Weise, wie sie diese Autos bauen. Und parallel dazu halten sich ja immer auch noch die Spekulationen, schafft Elon Musk es, Tesla zu retten? Und ist Tesla die, oder ist Volkswagen die Tesla Deutschlands? Hm, habe ich schon mal irgendwo geschrieben. Ich glaube, es war auf Guidance. Wurde ich ausgelacht. Wie kann man denn auf so eine Betrachtung kommen? Aber, well, wenn es so weitergeht mit Tesla, wenn umso mehr Autos Tesla produziert, umso mehr Verlust machen die. Wenn Elon Musk es nicht schafft, das umzukehren, Cashflow-positiv zu werden, was er im letzten Quartalsbericht ja auch sagte, er möchte Cashflow-positiv werden. Also mit mehr verkauften Autos mehr Geld in die Kassen kommt und nicht mehr Geld abfließt, wenn er das nicht umdreht, nun, dann kann der Tesla, geiles Auto, ja, kein Zweifel. Aber es muss halt wirtschaftlich sein. Und es muss ein tolles Auto sein. Und wer hat da Erfahrung damit? Nun, wir können in Deutschland Autos bauen. Und schaut euch den ID.3 an. Auf jeden Fall ist das das, was hier die Fantasie weckt, hier auch in der Aktie von der Volkswagen. Hier ein neues 1, 2, 3, Tief, das wir erreicht haben. Gestern Schlusskurs über der 100er. 152, 171, nächstes mögliches Ziel ist hier 157, 57. Und ja, man sieht es ja ganz gut, dass hier der Deckel drauf ist in der Aktie. Bricht sie nach oben aus? Ein Signal dafür könnte eben es überschreiten von der 157, 57, seine Währung 165, 45 möglich. Die volle Bewegung wäre 178, 20, 178, 21. Also viel Positives an Feedback von der Branche. Zu dem ID.3 und dem Konzept. Wir haben also eine modulare Plattform gebaut, die mal so einen echten Heckantrieb hat. Da ist der Elektromotor drin. Und man kann dann unterschiedlich große Akkus einbauen. Und Volkswagen teilt auch diese Plattform für Elektromobilität. Wenn also ein anderer Autohersteller auch auf dieser Plattform Elektroautos herstellen möchte, unter eigenem Namen, dann kann er diese Plattform nutzen, um eigene Autos zu bauen. Was natürlich auch im Interesse von Volkswagen liegt, weil umso mehr die Plattform genutzt wird, desto günstiger ist natürlich auch die Produktion für Volkswagen selbst. Karol fragt, Activision Blizzard, wie stehst du zu dem aufkommenden E-Sport? Ich weiß nicht, ob E-Sport aufkommend ist oder ob es das schon immer gibt. Und ich weiß nicht, ob das E-Sport aufkommend ist. Das war schon mal Activision Blizzard. Wer hat denn das noch gefragt gehabt? Freaky Deli, guten Morgen an dich. Hat auch geschrieben, hey, kannst du mir Activision einschätzen? Activision Blizzard. Unternehmen aus Santa Monica. Ich finde es ein bisschen schade, dass es kein neues StarCraft gibt. Das war so ein Echtzeitstrategiespiel, das haben sie beendet, aber die Aktie deutlich im Aufwind nach Erfolg der Bodenbildung im Februar. So sieht es aus, ich brauche glaube ich relativ wenig kommentieren. Es hat eine Weile gedauert, aber wenn man dieses 1, 2, 3 sieht und an der Börse dauern manchmal Dinge halt auch ein bisschen länger. Sorry, jetzt seht ihr es auf Fullscreen. Karol sagt, StarCraft Serie ist zu Ende, aber es kommt ein neues WarCraft raus. Also ein Rollenspiel. Nehmen wir mal an, Online. Rollenspiel. Ich bin da nicht drin im Detail, in der gesamten Produktpalette von Activision Blizzard, aber ich bin drin in der Charttechnik und hier sehen wir nun mal ein 1, 2, 3, eine 1, 2, 3 Bodenbildung und die Aktie ist hier mittendrin. In der Bewegung, wir haben hier eine 2 und dann eine 3. Das wurde am 21. März, ist dieses, quasi dieses Bodenbildungsmuster vervollständigt worden und wir haben am 24. Mai, 23. Mai einen Test gehabt von dem Punkt 2, das ist hier mit dem X gekennzeichnet und schieben uns jetzt hier nach oben raus und der Ausbruch jetzt über die 50-Dollar-Marke, eine runde Marke, also drüber gegangen, bringt hier Dynamik, solange wir über 53, 31 bleiben, die Chance da, dass wir in Richtung 57, 47 gehen, möglicherweise 64, 20, wenn man da wird, ist 57, 47. Schließen. Sunshine treibt StarCraft, war ein tolles Spiel, habe ich immer noch mal im Laptop, ja. Das war großartig, ja, man konnte also da online, ich meine, der Reiz ist schon da, ein Spiel richtig gut spielen zu können. Ich habe das dann teilweise mit so Tassenbelegungen gemacht und war da in der Goldliga, bin ich sogar aufgestiegen gewesen online und man hat dann wirkliche Wettbewerbe, ja. Das ist also wie früher in der Arena wahrscheinlich, da gibt es auch Zuschauer, da gibt es dann, das wird dann übertragen, dann gibt es dann Kommentare und man spielt dann da und hat wirklich die Herausforderung, den Gegner dann zu besiegen. über eine Taktik, die finde ich, ich spiele auch gerne Schach, aber wenn man wirklich ein kompetitives Online-Spiel spielt, wie StarCraft war und ist, dann sind die einzelnen Einheiten, die man da hat, sind wie ein Springer oder haben verschiedene Eigenschaften, was sie machen können, was sie nicht machen können und du kannst genau erwarten, wenn der mit dem kommt, dann brauche ich das, um es abzuwehren, also es ist wie ein dynamisches Schachspiel, nur viel komplexer als... Ich weiß nicht, ob es komplexer ist, aber es ist interaktiver, es ist mehr Fun als Schach es ist und ich kann den Reiz dahinter absolut nachvollziehen, warum das auch so ein großer Markt ist. Aber, sei es drum, 188, die 100%-Extension, der Markt setzt ein Signal der DAX für eine Trendbewegung abwärts. Jetzt bitte darauf achten, ob ein gegenteiliges Signal liefert, an den 1, 2, 3 tief kommt, möglichst bestätigt auch auf beiden Seiten, aber für den Moment war der Verdacht, dass der 5-Minuten-Schlusskurs unter dem FIBO-Level 8 auf 15 nochmal hier tieferer Tiefs bringen könnte, korrekt. 2, 9, 68, 25, nach wie vor ein Support. Blubert schreibt, wenn man zur Zeit Streamer hört, dann sind die mit A, A, nicht zufrieden mit Activision, dann wahrscheinlich meinst du. Bin wohl an neuen, guten Spielen. Richard Williams, check mal, tritt zurück. Tatsächlich. Warum? Die Quelle Richard Williams. Ich hab's hier nirgends. Naja, Handelsblatt und so weiter, Business Insider. Alibaba, der Chef, nach 20 Jahren tritt er zurück. Also nichts unmittelbar. Neues aber durchaus spannend. Er hat er bereits vor einem Jahr angekündigt. Daniel Tsang, Vorstandschef, wird Alibaba-Chef, Vorstandsvorsitzender. Alibaba-Partnership wird mal Mitglied bleiben. Gruppe mit 36 Personen im Recht, eine Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates zu nominieren. Jack Ma hat 38 Milliarden Dollar verdient. South China Morning Post ist Jack Ma's, von Jack Ma gegründete, englischsprachige Zeitung. Die größte Hongkongs. Cooler Tipp. Cooler Tipp. All Umbassungsbesitzender. Der Chef, wenn du das, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Tief daten kann. Und dann kann ich das und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Ich habeizin St Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Signal, dass er zum nächsten 269,99 gehen könnte, wäre ein Schlusskurs unter dem Fibonacci-Level, also immer wenn er unter einem Fibonacci-Level, außer dem 1,2,3-Muster schließt, dann ist es ein mögliches Signal für das nächst Tiefere. Und umgekehrt. Lufthansa im Wochenchart auch nach wie vor interessant. Wir haben also hier ein 1,2,3-Trend-Wendemuster zum Jahreswechsel 2016-2017 ausgebildet, das 4,23,6-Ziel hier oben erreicht und haben jetzt hier unten noch einmal den Punkt 1 getestet, 13,19. Davon gibt es jetzt wieder Käufe, möglicherweise hier oben die Zielzone 15,77, da ist die 20-Wochen-Linie und das 61,8er Fibonacci-Extensionslevel aus dem 1,2,3-Tief. Zum Thema Wasserstoff, Nell Asa prallt hier an der 61,8er Fibonacci-Extension ab, wird also hier dreimal getestet, dreimal wurde es nicht gekauft. Auch hier ist ein 1,2,3-Tief entstanden bei Nell. Unternehmen aus Oslo, die sich hier auf Wasserstoff spezialisiert hat, 20% plus nach oben hier und jetzt bei der 7,42 und das sind 7,42 norwegische Kronen-CFD, Aktien-CFDs lauten immer auf die liquidesten Heimatmärkte. 7,42 Kronen ist der Widerstand, man sieht hier keinen Schlusskurs drüber, damit auch kein Signal für einen Folgeanstieg in den möglichen Richtung 8,17. Kann also sein, dass wir die 6,92 nochmal testen, möglicherweise auch zum Punkt 1 zurückkehren, 6,22 bei Nell. Christian Heinrich schreibt, hallo an dich, liebe Jochen, kannst du dir einen Chart von Tesla mal anschauen? Also was du damit machst, weiß ich nicht, aber unabhängig kann ich hier die charttechnische Situation ist immer noch die, die ich auch hier schon mehrmals kundtat sozusagen. Wir haben einen aktiven Boden in der Tesla, hier ein 1,2,3 tief, Jahreswechsel 2013, 2014 und haben an der Stelle 2016 ungefähr, Anfang 2016 nochmal den Punkt 1 getestet. Ja, haben dann eine Rallye gehabt, man sieht das hier, kann man sich ganz gut an diesem 1,2,3 orientieren. Und jetzt hängen wir halt so zwischen 2,61 Achter und 1,61 Achter rum und die Aktie kann sich nicht so richtig entscheiden, wo soll es jetzt hingehen? Also so eine Schiebephase, mal ist es unter dem 1,61 Achter, mal ist es drüber. Hier oben Widerstand 2,64, 86 ist zu beachten, weil wir haben, da muss man sich anschauen, ja, diese Rallye gehabt. Nach dem Test von der Bodenbildung, an der Stelle, okay, Bodenbildung ist aktiv, Rallye, Korrektur, Rallye, Korrektur, Rallye und dann ist sie hier oben nicht mehr weitergekommen. Das folgte, dieses nicht mehr weiterkommen, hier, hier und hier, wurde jedes Mal dann aufgehalten von der 200-Wochen-Linie hier violett zu sehen. Dann sind wir drunter gebrochen, unter die 200-Wochen-Linie. Jetzt ist die 200-Wochen-Linie dann als Widerstand bestätigt worden. Das muss man jetzt anschauen und überprüfen, dass möglichst die Aktie hier wieder über die 200-Wochen-Linie drüber kommt, damit es ja dann nach oben laufen kann. Solange, dass der Deckel da drauf ist, haben wir insgesamt eine Eintrübung der charttechnischen Situation. Die Aktie ist auf Tauchstation unter der 200-Wochen-Linie. Man kann sich jetzt seither nicht so richtig entscheiden, wo es hingehen soll. So, ihr noch mal das ganze Bild habt vergessen, das umzuschalten. Sorry dafür. St. Gallus schreibt, Tesla, das Fass ohne Boden. Es gibt einen Analysten, der gestern auch wieder auf CNBC zitiert wurde, der einen Kostziel von Null hat für Tesla. Er sagt also, das ist das Argument, das ich vorhin auch gebracht habe. Es ist halt trotz abermaliger Bekundungen von Elon Musk nicht gelungen, Tesla wirklich Cashflow positiv zu machen. Das möchte er machen jetzt im laufenden Quartal. Aber das Problem ist, dass die Auslieferzahlen enttäuschen, gehen also zurück. Tesla hat eine sehr starke Abhängigkeit vom chinesischen Endmarkt. China nun aufgrund des Handelskonflikts ist nicht mehr der dynamische Mega-Wachstumsmarkt. Und damit sind auch die Absatzzahlen für Tesla eingebrochen. Wie geht Tesla damit um? Große Frage. Der Markt weiß es nicht so recht, ist aber technisch betrachtet unter der 200-Wochen-Linie eher vorsichtig. Philipp Kurz, vielen Dank für den Hinweis. 100 Prozent, SBX 100 Prozent, Marke 2, 9, 68,25 hat dieses Level getestet. Und wie immer müssen wir hier jetzt dann gucken, kommt jetzt hier ein Impuls? Und dann 1, 2, 3. Ja, nein. Mit diesem DAX auch. Bestätigen wir auf beiden Seiten von der Intermarket-Analyse her. Ein Signal für eine mögliche Wodenbildung. Aber noch ist es nicht so weit. Ich lade jeden ein, der zuschaut, sich auch zu beteiligen, Fragen zu stellen im Chat. Ihr braucht dort einen Google- oder YouTube-Account und könnt dann auch chatten mit mir, mit anderen. Und dann, der Chat ist auch offen außerhalb der Zeiten von der Sendung hier. Die Sendung hier gibt es jeden Tag zwischen 9 und 10 Uhr. Ihr könnt aber über die Plattform den CMC TV Chat auch aufrufen und könnt dort dann eben auch chatten. Müsst ihr euch anmelden, was ich jetzt mit dem PC nicht habe. Ich habe hier aber mich angemeldet mit meinem Account. Und das kann auch jeder tun, der möchte und sich in der Diskussion beteiligen. Ist auch immer praktisch zu Zeiten wie der Notenbank-Sitzung, wenn dann abends irgendwas passiert oder Trump irgendwas veröffentlicht hat. Und man möchte es diskutieren, dann ist der CMC TV Chat der erste Anlaufpunkt für alle, die wissen wollen, was passiert ist und das diskutieren wollen. Denn, ich schreibe, Probleme von Tesla sind, dass die Verlängerungskabel, die man braucht, nicht in den Kofferraum passen. Hm. Das ist wahrscheinlich ein Insider-Witz. Also, ich verstehe nicht ganz. Stefan schreibt, sehr interessantes Interview. Er sagte, dass Jack Ma seine Anteile an Alibaba an die chinesische Regierung übertragen musste. Die Story von dem ehemaligen Interpol-Chef Meng Hongwei ist auch sehr spannend. Danke für die Hinweise, würde ich mir mal anschauen. Was ist die Hoffnung, dass China mit der zunehmenden Nutzung der Marktwirtschaft, wie wir es mal nennen, zu einem offeneren Staat, Gesellschaft, Wirtschaft wird. Ein bisschen zurückzudrehen. Zurückdrehen zu wollen. Nun gut. Wir kennen jetzt auch die Uhrzeit, 12 bis 13 Uhr, twittert Trump normalerweise. Man sieht das hier, die Untersuchung von JP Morgan, die ja den Woll-Fefe-Index gemacht haben, um das statistisch zu bemessen, was der Impact ist, der Einfluss von Donald Trump-Tweets auf das, was so passiert zwischen 12 und 13 Uhr. Das ist da der stärkste Einfluss. Davor schläft Trump normalerweise. Und dann tweetet er und twittert er über den ganzen Tag hinweg. Eigentlich mehr oder weniger konstant. Man sieht hier die verschiedenen Jahre, 2016, 17, 18, 19, über diese Grafiken. Das ist wichtig für Trader. Das ist wichtig für Trader. Martin K. schreibt, Hallo, ich bin neu hier. Willkommen an Bord. Martin K. schreibt, gehe ich recht in der Annahme, dass, jetzt muss ich mal gucken, jetzt ist es gerade durchgerutscht. Hallo, da gehe ich recht in der Annahme, dass beim DAX mit dem aktuellen Verlauf gestern und heute eine Trendwende eingeleitet wurde. Okay, gehen wir mal für einen Minuten-Chart mal weg und schauen uns den Germany 30, den DAX hier, den CFD auf den DAX, mal im Tageschart an. Ja, also es geht hoch, dann geht es runter, jetzt geht es wieder hoch. Das Ding bewegt sich seitwärts übergeordnet. Wenn man jetzt wissen will, okay, ist kurzfristig jetzt eine Trendwende da, dann muss man da dem Ganzen einen gewissen Kontext geben. Und es gibt nun für die aktuelle Situation, den Kontext, dass wir es zu tun haben mit einem Top. Ich stelle die Schriftgröße etwas größer. Und dieses Top ist hier entstanden. In Form von einem 1, 2, 3 Trendwende-Muster. Wenn ihr euch die Grundlagen anschauen wollt zu den 1, 2, 3 Trendwende-Mustern, habe ich gerade in den Chat reingestellt einen Link zu einem Video, wo ich das erkläre. Bedeutet, 12.294 ist ein Widerstand, an dem sich entscheiden wird, ob dieses Top weiter aktiv bleibt oder nicht. Soweit sehen wir noch nicht, sondern wir hängen irgendwie davor, wo fest. Und das, wo wir jetzt hier festhalten, kann ich dann ermitteln, indem ich mir diese Bodenbildung hier unten anschaue. Denn auch da, in diesem Bereich, haben wir eine Bodenbildung. Und zwar auch wieder ein 1, 2, 3. Ein 1, 2, 3. Und hier oben sind wir am Ziel angelangt. Am ersten Ziel 12.216. Wenn wir jetzt darüber schließen, wäre ein Signalgesetz für einen möglichen Folgeanstieg in Richtung 12.441 Punkte. Aber man sieht, der hat nicht darüber geschlossen, also ist das Signal auch nicht gekommen. Kann gut sein, dass wir jetzt über die nächste Zeit eine Korrektur sehen. Da das Ziel erreicht ist und der Markt wissen wollen könnte, ob hier der Ausbruch über das Hoch von dem Punkt 1, also hoch von diesem Tag, war das valide. Ist das eine neue Unterstützung da unten? Der Markt weiß es nicht. Von Ihnen weiß es niemand. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Ist dieses Tief? Wenn wir dort noch mal hin handeln würden, wäre es belastbar. Weiß niemand. Heißt, wenn ich hier jetzt als Fondsmanager long gehen würde, müsste ich die Frage, ob das da unten belastbar ist, dieser Boden, schon antizipieren und sagen, ja klar, ist belastbar, deswegen gehe ich long. Oder sagen, ja, ich weiß es nicht, ob das belastbar ist, deswegen warte ich mal auf den Test, bevor ich einsteige. Und genau so was könnte kommen. Ähnliche Situation. Auch im Großen, im Big Brother, SPX 500. Erstmal im Stundenchart, jetzt ein Top. Also insofern vom US-Markt aus betrachtet, die Tendenz eher bärisch für den Moment, da wir ein aktives charttechnisches Top haben. Und wenn ich mir jetzt den nackten Chart anschaue vom SPX, ohne dass da jetzt irgendwas drin wäre, dann haben wir im SPX die gleiche Situation, charttechnisch oder eine ähnliche, sagen wir es um genau zu sein. Im SPX sind wir aber, haben wir auch ein 1, 2, 3 tief. 1, 2 und jetzt 3. So, und der Formel-Nedger, der jetzt hier einsteigt, muss ich auch die Frage stellen, ja ist dieser Ausbruch valide? Ist die 2940, die hier die ganze Zeit im Widerstand war, ist das eine neue Unterstützung? Ja oder nein? Das kann man natürlich sagen, ja, ich muss unbedingt kaufen, muss unbedingt rein, weil ich verpasse vielleicht irgendwas. Weil die Kurse können natürlich auch weiter steigen, ja das heißt nicht, dass dieser Test noch mal kommt. Aber, das große Kapital ist immer sehr geduldig und wenn die auch anfangen zu kaufen, dann dauert das oft wochenlang, bis die Positionen aufgebaut haben und für die gibt es keine Hektik und für die gibt es auch keinen Countdown, der irgendwie läuft, in deren Hinterkopf und die lassen sich auch nicht reinjagen in Positionen, die sind nicht emotional gesteuert, die haben auch keine Angst, was zu verpassen, das ist denen völlig wurscht, weil die sind sowieso schon investiert. Für die geht es nur darum, erhöhe ich meinen Aktienexposure, gehe ich also von vielleicht 70% long auf 75%. und das ist für die, ist das egal, ob der Markt jetzt mal drei, vier Tage gestiegen ist, für die sind nur klare Signale und möglichst eine Risikominimierung ist für die relevant. Alles andere zählt für die nicht, das interessiert die überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt nach Risikominimierung gehe, charttechnisch, dann würde das bedeuten, ich muss im S&P und auch im DAX abwarten, ob ein Test kommt von der 2,49 und muss gucken, wird diese 2,49 als neue Unterstützung gekauft. Wird das bestätigt vom Markt, die charttechnische Signale, die wir uns hier in der Sendung auch anschauen werden, wird es bestätigt, dass die 2,49 gekauft wird und wird damit der Ausbruch bestätigt und wird damit das mögliche Signal für einen Folgeanstieg nach oben bestätigt. Bisher ist die Bestätigung nicht da, es ist einfach nur ein Ausbruch da und damit ist der auch vorläufig dieser Ausbruch und es ist eben noch kein bestätigter Ausbruch. Also wenn man wirklich Risikominimierung macht, dann wartet man auf die Bestätigung und das kann durchaus kommen. Das Risiko besteht, dass wir drunter abtauchen, die 2,49 dann weiterhin im Widerstand ist und dann wird es kritisch, weil man sieht, diese Tage, wo der Markt dann eben so ein bisschen Schnappatmung bekommen hat, da geht es halt in einem Stück auch mal satt nach unten. Und sowas könnte drohen, wenn plötzlich der Markt hier unter die 2,49 rutscht und das als Widerstand bestätigt. Nämlich, das kann auch passieren. Und wenn ich dann hier long gegangen bin als Fondsmanager, dann bin ich in der schlechtesten anzunehmenden Position, die es gibt. Und dieses Risiko, dieser Position zu sein, da möchte sich wahrscheinlich keiner reinbegeben. Deshalb kürzere Zeitebene beachten. will er als Trader dann immer wissen, okay, das ist jetzt der große Plan, wir könnten vielleicht da nochmal runtergehen, aber was macht der Markt jetzt wirklich kurzfristig? Was macht er als nächstes möglicherweise? Wie ist der Kontext zum kurzfristigen Zeitfenster? Und dann kann ich in eine kleinere Zeitebene gehen, was ich eben jetzt auch gemacht habe, als ich die Sendung hier eröffnet habe und habe im Stundenchart dieses Trendwende Muster angeschaut. Ist intakt, ist aktiviert, Punkt 2 nochmal getestet, also hier eine 1, 2, 3, da bei dem X wurde der Punkt 2 nochmal ungefähr getestet, gleich wieder reaktiviert, also wieder eine 3, wieder eine Reaktivierung und jetzt sind wir hier unten bei der 100% Extension. Und jetzt muss mal gucken, was macht er als nächstes? Schließt er unter dieser 100% Extension? Dann könnte er nochmal runtergehen zu 161 Achter, 261 Achter. Und man sieht hier auch zwischen der 261 Achter und der 4, 23, 6er liegt die entscheidende Marke, die getestet werden soll oder die optimalerweise getestet wird. Ob es soweit kommt, keine Ahnung. Man kann sich auch stabilisieren hier und kann dann höhere Hochs machen. Das wäre dann der Fall, wenn er hier sich drüber hangelt über diesen Punkt 1 wieder, über die 79,99, die gekauft wird und dann könnte man einen bullischen Druck aufbauen, höhere Hochs sehen. Was da als erstes kommt, das weiß niemand, das kann Ihnen auch niemand sagen. Die Veranstaltung hier, der Livestream von 7C Markets dient oder das ist das, was ich damit und was 7C Markets damit machen möchte. Zum einen natürlich die Plattform zu zeigen, da wo ich immer rummale und zeichne und die ganzen Charts und Echtzeitkurse ist unsere Handelsplattform. Ihr könnt ihr auch testen über Demokonto, einen Link, seht ihr ganz links oben, 7C Markets.mk slash Demokonto, aber was wir über diesen Stream beabsichtigen, ist euch zu zeigen, dass eben es nicht mit einer Glaskugel funktioniert oder nicht mit dem besten Indikator funktioniert, sondern dass es immer was zu tun hat mit Wahrscheinlichkeiten. und man kann aber, wenn man einen Kontext hat, strategisch und taktisch sich dem Markt nähern und dann eben herausarbeiten, was sind die wahrscheinlichen Szenarien, was als nächstes passieren kann und an welchen Punkten, an welchen Kursen und an welchen Bedingungen hängt es, dass Positionen gedreht werden müssen. weil Positionen gibt niemand, wenn ich long gehe, dann gebe ich das nicht freiwillig her, außer es wird bestimmtes Kurslevel unterschritten, dann werde ich ausgestoppt oder gezwungen, manuell zu verkaufen, wenn das Setup nicht mehr passt. Und man kann eben mit gewissen charttechnischen Kriterien und ich arbeite hier mit 1, 2, 3 Trendwendemustern, mit Candlesticks, mit der Öffnungshandelsspanne, mit ein paar gleitenden Durchschnittslinien und schaue mir so ein bisschen den fundamentalen Umfeld an, um einfach zu wissen, um mir einen möglichst guten Kontext zu erarbeiten. Und das teile ich mit euch, habe auch Erklärvideos, wo ihr euch die Theorie dann anschauen könnt. Und das ist so ein bisschen die Mission von 7CTV, euch zu helfen, von dem Bauchgefühl-Trading also ich will euch das nicht vorwerfen, dass ihr das tut, aber das ist der extrem schlechteste Fall, aus dem Bauch heraus irgendwas zu machen, euch hinzuführen zu wirklich einem System, das ihr aufgeschrieben habt, so und so, das ist mein Plan, das und das will ich machen. Ganz ruhig, entspannt, euch dem nähert diesem Thema Trading. Also eine Systematik zu haben, das will ich vermitteln, ich gebe hier keine Signale, kein Kauf- und Verkaufssignale oder sonstiges, sondern Willwissen vermitteln. Das ist ein bisschen meine Mission mit 7CTV. KaffeeBistro schreibt, nicht unkompliziert eure Plattform, habe als älterer Mensch etliche Probleme. Was wir gerne machen, ist das Angebot, das ich hier jedem machen möchte, jetzt an der Stelle, ihr könnt eine Plattformschulung machen mit den Kollegen. Das klingt jetzt so nach Schule und ich muss jetzt hier irgendwas zu, aber wir erklären euch die Plattform gerne. vor Ort, hier in Frankfurt im Office, kommt vorbei, können wir Hallo sagen, Kaffee zusammen trinken und also wir nehmen uns die Zeit, euch das zu erklären. Unsere jetzige Plattform ist der Stand von vor vielen Jahren. Wir haben jetzt peu a peu rollen wir die neue Plattform aus, die meiner Ansicht nach einige Vorteile bringt in der in der Art und Weise, wie man sie intuitiv benutzen kann. Ich habe sie hier noch nicht auf SiebenCTV, einfach weil viele eben noch die alte Plattform haben, machen peu a peu einen Rollout, wir haben 60.000 Kunden weltweit, müssen natürlich mit dem Update, das kommen wird, dass einige haben die neue Plattform schon, einige haben sie noch nicht, aber wir müssen natürlich in so einem Rollout von der neuen Version auch sicherstellen, dass jeder in diesem Rollout auch sicher und weiterhin handeln kann, deswegen haben wir das nicht auf einmal, wenn wir das nicht machen für 60.000 Kunden weltweit, aber da wird es intuitiver, als es jetzt ist. Dennoch, es gibt Basic-Funktionen, mit denen man handeln kann und es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die noch mit dabei sind, die man nicht unbedingt braucht, aber durch dieses Dickig, wenn da jemand Probleme hat, sagt er, ich verstehe es nicht auf Anhieb, dann lasst euch helfen, das Angebot steht von uns, meldet euch einfach über den Support-Chat auf CMC-Markets.de, wenn ihr da auf die Seite geht, dann habt ihr da oben erstmal eine Rufnummer, ihr habt auch einen Support-Chat, schreibt uns einfach und meldet euch, wir nehmen uns da gerne die Zeit per Webinar, online, per Telefon, euch die Plattform zu erklären und ihr habt auch immer hier oben als Fragezeichen die Möglichkeit, hier eine Plattform-Führung zu machen und habt dort eben einen Quick-Start-Guide, ich glaube, wenn ihr euch den grundsätzlich durchlest, dann versteht ihr die grundsätzlichen Funktionen, aber wir helfen gerne. Das soll es gewesen sein für die heutige Sendung. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, ich bin auch morgen wieder da zwischen 9 und 10 Uhr, natürlich dann auch ab 8 wieder, der Nebel lichtet sich da im Hintergrund, ich hoffe, ich habe heute auch ein bisschen dazu beigetragen, den Nebel zu lichten, was den Markt angeht. Achtet auf die 2,968, mal vielleicht abschließend noch, im SBX 500, 2,98, 60, 25 Stunden Schlusskurs, darunter könnt ihr uns dann bringen Richtung 2,960, 2,949, 2,940, 2,930 und fortfolgendes ein aktives Top-Mass-Bix 500 im Stunden-Chart. Das wirkt natürlich dann auch, wie soll es anders sein, auch auf den DAX, der jetzt 0,2% im Minus ist, hier jetzt gerade die Signallinie nochmal getestet hat. Jo, ich werde jetzt dann fortlaufend, das ist dann auch für alle, die Lust haben, ab und zu mal wieder einzuschalten, diesen Screen einblenden. Das ist das Update von LV40 gestern. Vielmehr ist da gestern erstmal nicht mehr passiert. Ich mache Updates bis 15 Uhr, heute auch wieder schriftlich. Jedes Mal, wenn ich ein Update mache, stelle ich das auch in den Chat, auch über unseren Twitter-Account, könnt ihr diesen Updates folgen. kriegt also, wenn ihr unseren Twitter-Account von CMCMarkets unterstrich CMC äh ich werde heute den SPX500 wieder nehmen als Analyse, als den Markt, den ich analysieren möchte, dieses Mal im Stundenchart, weil ich einfach finde, dass da jetzt das Spannendste passiert und werde dann auch gleich das Update hier reinstellen. In dem Sinne, ähm, habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Servus. Ehm, schreie Gere und wir sehen uns dann wieder.